Komisches Geräusch... Soll der Zug sein? Naja... Kennen wir irgendwoher... Da sind grad nur drei Leute reingegangen... Der Zug von Timper nach Garden-Ost fährt in Kürze ab... Der ist doch grad abgefahren... Ich wollte grad schon sagen... Wird schon... Aufmachen, aufmachen, aufmachen... Wären... Aufmachen... Was ist jetzt kaputt? Aufmachen... Ich sag aber am besten nichts... Der nächste Halle Garden-Ost steht da oben rechts cool... Das ist aber auch übersetzt... Warte mal... Die Tür wird entriegelt... Bis später... Was ist jetzt? Brennen wieder alle weg, oder was? Wo will die hin? Ich bin hinterher... Ja, ich bin hinterher... Ich möchte ihren quatschen... Gucken, ob's hier irgendwas gibt... Ich liebe Züge... Ja, schon, dass die Züge... Nein... Die züge... Das ist so... Das ist so... Das ist so... Das fängt die an zu singen... Und wo ist gar nicht hier weiter... Nein... Gut... Dann gehen wir wieder zurück... Dumm... 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 Und quatschen wieder mal eine Runde... Spannende Folge bis jetzt... Und... ah, ich möchte es erst mal anschauen, da steht er so doof in der Ecke. Hm... Lieber nur lassen seinen Zustand beobachten. Starinan. Psycho-Blick. Lieber nur lassen. Was? 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 Hm? Hö... Hö... Moment, Welt. Da ist der Tuch. Der Tuch! Da ist ich Wald. Da ist... Viel Wald. Das ist noch ein bisschen Wald. Welt ist noch ein bisschen Wald. Äh, war noch von Ost... Ja, aussteigen. Hier müssen wir hin. Und jetzt hätte ich gerne die... Weltkarte. Wir müssen... Doles? Timper? Oh mein Gott, sind ein ganz schönes Stück. Kragen. Äh... Moment... Nach... Besten durch den Wald. So... Kann ich hier durch? Ne. Nur nach... Was? Oh... Random Battle! Los geht's! Los geht's! Los geht's! Was denn das? Los geht's! Los geht's! Wer ist da dran? Mit Blutzaubers erst mal eine Analyse auf die Fischer? Ich kann hier irgendwas Neues von den Drawn... Oh ja, ich kann was Neues von den Drawn... Analyse! Was haben wir denn da schönes? Target! Yay! Analyse! Äh, troste auch ein Flugmonster, was weiß man egal, aber ja, ein Kontinent angreift. Flugmonster schwach gegen Wind? Level 9! Ja, ist okay. Nein, falscher Knopf. Ja, ist okay. Mach's verstanden. Draw! Guck mal, was haben wir denn da feines? Leviathas. Äh, du graf's an. 60. Um. Fast 200. Das dürfte schon die Hälfte an EP sein. Angreif sein. Dann machen wir mal einen kleinen Blitz auf dich. Miss. Haha. Blitz-Attacke. Sehr gut, macht mehr Schaden. Und was konnte ich von dir nochmal drauen? Eis und Analysen noch. Schaden, auf jeden Fall, ich hab's nicht gewonnen. Ich hab's nicht gewonnen. Ja, ich hab's nicht gewonnen. Aber das ist wie's tot. Ähm... Komm und Eis mal. Zauber... Blitz! Zauber... ... Langsam... Zauber... ... ... Boah! Und Dominar! Bam! W-What the fuck? Mit welches HPK? Jo, dann kann ich direkt mal! Hallo, Menü! 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 Oh, GF! Was willst du als nächstes lernen? Du hast auch gerade... Das hier gerade, ne? Ja. Ähm, muss ne Stirn, Stirn. Ich lange verfügbar. Moment, äh, sich irgendwie... Ne. Äh, Stärke plus 40%. What the fuck? GF-Magie hoch, obwohl, das kannst du erstmal machen. GF-Magie hoch. So, dann kannst du jetzt. Aber, GF-Magie hoch ist schon mal gut. GF-Magie hoch. Quatsch. Hm. Moment, nochmal. Aus. Moment, what the fuck. Vita da rein, ist das geil. Das hat sich gelohnt. Das kann... Feier, äh... Hier einmal rausnehmen. Ich weiß jetzt nicht, was für Gegner als nächstes kommen. Moment, ich kann da... Achso, stimmt, die Kanschaft kann ich auch reinsetzen. Wollen wir mal hier etwas rein. Lass mal das mal erstmal weg. Vielleicht macht er noch mal schauen, aber 800 Lebenspunkte, das ist cool. Das ist echt cool. Ähm... Habe ich hier eigentlich auch irgendwas vergessen zu bekommen? Ne, ich glaub nicht. Ich mach erstmal so... Ähm... GF-Magie... GF-Magie hoch. Wie suchst du bei der Mohn? Das... Das ist... Gut. Warte, warum mach ich das so... Du lernst gerade... GF-Magie plus 20% Kannst du auch erstmal lernen, du wirst noch nicht... Was lernst du gerade? Du lernst... GF-HP hoch. Mh... Mh... Ja, wo mach ich mich mal... Ich brauch ein paar mehr GFs, das geht mir um den Sack. Ich kann zwar die Wunderlampe ausprobieren, aber... Ah, hier ist eine Brücke. Sehr gut. Garten, 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 garten... Kampf! Gut. Ähm... Oh, einer, billig... An dem konnte ich keinen Vita-Longer... Dorn, ne? Nenn nur Analyse und Eis... Glaub ich, wie man die noch fand... Ach wohl, komm... Dorn haben wir ein bisschen Eis... Dorn haben wir einmal ne Runde Eis... Ich glaub, das werde ich jetzt immer machen am besten... Immer ein bisschen eine Runde Dorn... Meine Sache, dann möchte ich das immer wieder ein bisschen nachfüllen... Und dann kann ich da... Ja... Und 5 Eis gedauert... Ja, reicht erstmal... Um, den man ein bisschen nachfüllen kann... Du waffst an... Du... Du zauberst mal einen... Oh, du hast fast keinen Vita mehr... ...auf Squall... Der irgendwie gar nicht die ganze Zeit angerufen wird... Mal einen Blitz auf den... Gucken, wie stark ist... Woah... 200 Eis-HP... Ist cool... Und das macht... Schaden... Mehr Schaden als er machen würde... So, den Rest müsste ich so hinkriegen... Einfach noch aufknüppeln... Einfach noch... Aufknüppeln... Aufknüppeln... Und nicht richtig gedrückt... Schnapp... Läuft meine Tonaufnahme noch... Ich habe immer die besten... Ja, er läuft noch... Juhu... Ich such mir immer die besten Momente aus, um das noch zu sehen... Das ist... Ich such mir immer die besten Momente aus, um das noch zu sehen... Pass... Das gibt's... ... so, ich Anybody... Ich schaden eine kleine Mühle... 140 Ehi... Wahnsinn... Und da... Um ist der wo dann... bows zu Especially one. Oh, ich bin sie in factor one. ...an CRAIGEN auch eben... Ist auch was die Wisskarte, 2 AP... ...Tänucke noch für ein Spongebesser... Du wirst neck... ...Tänucke noch raus... Ein Himmel alltid. Ein Himmeler... Was sind eigentlich diese komischen Karten? Und die Windmühle-Items. Ist ja irgendwo... ...da Windmühle gewinnen. Nichts passiert. Schrauben habe ich zwei. Ich muss nicht mal wieder so einen Scheiss-Shop gucken. Nein, noch nicht. Äh, da möchte ich Level 15 sein oder so. Wo muss ich denn hin? Ich muss durch den Wald im Westen. Aber hier ist kein Wald. Was ist das?